Liebe Studierende, herzlich willkommen im Seminar Koloniallinguistik. Wir werden uns heute beschäftigen mit dem zweiten Teil der Diskurs in Koloniallinguistik sowie noch einem weiteren Thema, nämlich Bild, Ton und Wort. Das heißt, wir werden in Richtung Multimodalität schielen. Denn einige von Ihnen interessieren sich für die Analyse von Werbungen in postkolonialistischen und Marketing in postkolonialistischen Gesellschaften. Und deswegen werde ich da heute ein kleines Augenmerk darauf richten und würde aber da die Zeit wie immer drängt direkt in Medias Res gehen und mit der Vorstellung der einzelnen Themen für Sie beginnen. Zunächst, wir sind in der letzten Woche stehen geblieben in der Diskursanalyse und heute werden wir uns nicht mit dem Was und Warum beschäftigen, sondern eher mit dem Wie. Das heißt, wie bauen Sie entsprechende Datensammlungen auf und wie setzen Sie sich diskurslinguistisch mit einem von Ihnen gewählten Gegenstand auseinander. Zunächst hier einmal die allgemeine Operationalisierung des fokussischen Diskursbegriffs in der germanistischen Linguistik, nämlich mit drei unterschiedlichen Korpustypen, dem imaginären Korpus, dem virtuellen Korpus und dem konkreten Korpus. Für Ihre Untersuchung wird relevant, dass Sie sich dieses konkrete Korpus aus einem virtuellen Korpus zusammenstellen und ganz zentral sich je nach Ihren Forschungsinteressen zusammenstellen und dabei vor allen Dingen auf sogenannte diskursveränderungsrelevante Texte schauen, also die etwas im Diskurs bewegen. Mit dem Einzug der maschinellen Analyse von großen Textkorporat darf ich Ihnen aber aussagen, dass die diskursbestätigenden Texte mithin nicht weniger interessant sind. Der Gegenstand ist das vorausgesetzte Wissen in diskurssemantischen Grundfiguren, das heißt, wir fragen danach, welche Wissensbestände sedimentieren, wie in welchen sprachlichen Formen. Das Zweite, was ebenfalls schon mit dieser Frage der Diskursveränderungsrelevanz zusammenhängt, ist eine Setzung von Fritz Hermanns zur Sprachgeschichte als Mentalitätsgeschichte, die sehr starken Widerhall gefunden hat in der germanistischen Forschung. Und zwar insofern, als man vom gemeinsamen Sprachgebrauch ausgehend auf eine kollektive Form des Wollens, Fühlens und Sollens schließt und das im Kontext einer Mentalitätsgeschichte verankert. Ebenso wollen wir das im Seminar halten und handhaben. Denn wenn wir uns mit Mentalitäten beschäftigen, also das heißt, der Frage von Denkgewohnheiten und Dispositionen das Gewohne fortzusetzen, dann beschreiben wir im Wesentlichen auch die, können wir auf der Basis von Sprachgebräuchen, Entschuldigung, auf der Basis von Sprachgebräuchen uns genauer anschauen, wie einzelne Dynamiken in sozialen Gruppen sich darstellen und wie spezifische Gruppen sich zum Beispiel gegen andere Gruppen absetzen, ihre eigenen Interessen vertreten und durchsetzen und so weiter und so fort. Vor dem Hintergrund einer Koloniallinguistik werden Sie sehen, worauf das Ganze hinausläuft, nämlich vor allen Dingen auf die Auseinandersetzung mit sprachlichen Strukturen, die auf die Determiniertheit von sozialen Zuweisungen, also vor allen Dingen von Heterostyrotypen hinauslaufen. Sehr wichtig im Kontext koloniallinguistischen Arbeitens ist die Frage, wie man mit spezifischen Argumentationsschematoren geht. Hier sehen Sie das Thulminische Argumentationsmodell, wie es von Martin Wengeler in Topos und Diskurs aufgenommen worden ist. Und er spricht hier von sogenannten Argumentations-Topoi, also das heißt regelmäßig und regelhaft auftretenden Argumenten, die über ein Set von ganz typischen Schlussregeln zu typischen und konventionalisierten Schlussfolgerungen geführt werden, sodass sie in, wenn man noch einmal an Hermann zurückdenkt, typischen Denkgewohnheiten, in die sich gesamte Kollektive einüben mündet und dann auch nicht mehr hinterfragt werden, also nicht kritisiert werden. Und wenn Sie noch weiter zurückdenken an Foucault im Hinblick auf die Frage, wann wir Machtmechanismen oder wann wir beginnen, Widerstand zu üben gegen Machtmechanismen, wenn wir uns der Machtmechanismen und der Hierarchien bewusst werden, genau das setzt hier aus, nämlich, dass man durch die stetige Wiederholung spezifischer Argumentationen eben solche Machtmechanismen verdeckt und vor allen Dingen die Begründungsnotwendigkeit für bestimmte Zusammenhänge stillstellt und nicht mehr hinterfragt. Was damit unmittelbar zusammenhängt, ist die Frage, wer vertritt denn überhaupt oder wer steht denn für bestimmte Argumentationstoppie, also wer verwendet bestimmte Argumentationen, um soziales Miteinander in einer spezifischen Art und Weise darzustellen. Und dafür lohnt sich ein Blick in die Habilitationsschrift von Markus Müller zu den sogenannten Diskursakteursrollen. Und schon wenn Sie diese wichtige Markierung sehen, das lese ich Ihnen vor, eine Diskursrolle ist ein durch ein sprachliches Etikett ausgedrückte Selbst- und oder Fremdzuschreibung von Sprecherinnen und Sprechern innerhalb eines Diskurses, die dadurch einer Akteursgruppe zuzuordnen sind, welche relativ zum Kurs stabil ist. Sie sehen, dass Sie diese Setzung, das heißt der Konstruktion von Diskursakteursrollen durch Sprecherinnen im Diskurs als Werkzeug benötigen, um zum Beispiel Abwertung und Aufwertungstendenzen von spezifischen sozialen Gruppen oder als sozial definierten Gruppen in immer wieder gleichen Argumentationstoppie zum Verdecken von Machtmechanismen eingesetzt werden. Er unterscheidet hier beispielsweise, das zeige ich Ihnen nur exemplarisch, prototypische Rollenkategorien, an denen wir uns sehr, sehr gern im Seminar orientieren können und stellt schlussendlich bei allen diesen typischen Kategorisierungen immer wieder dieselbe Frage, welche sprachlichen Muster sind einer Diskursakteursrolle zuzuweisen und was ist daraus, über die damit vermittelten Machtverhältnisse, Wissensbestände und verwendeten Argumentationstoppie abzuschleiten. Schlussendlich, und das deutet sich ganz am Anfang an, haben wir also ein relativ komplexes Beschreibungsmodell, das in der germanischen Diskursanalyse etabliert ist unter dem Begriff Dimian, also eine diskursanalyseische Mehr-Ebenenanalyse. Dimian weist nicht über Bus und Tolbert hinaus, sondern versteht sich als eine Zusammenstellung von möglichen Analyse-Ebenen von sprachlichen Entitäten auf ganz unterschiedlichen Komplexitätsniveaus. Also Sie können zunächst vom Text aus blicken, dann gesprächsanalytische Aspekte mit einbeziehen, soziolinguistische Aspekte mit einbeziehen, Sie können historisch arbeiten und verschiedene Sprachentwicklungen in der Zuweisung zum Beispiel zu bestimmten Diskursakteursrollen untersuchen und schlussendlich basiert sie auf der verkurschen Diskursanalyse. Und das, was wir damit beschreiben können, sind komplexe Diskurse, die Ihnen zugrunde liegenden Wissensformationen, diskursive Praktiken in spezifischen Kommunikations- und Diskursdomänen, die Diskursregeln und schließlich eine Beschreibung der sprachlichen Konstituierung bestimmter Diskursakteursrollen. Das ist das, was die Diskursanalyse leistet. Nicht immer müssen Sie alle Analyse-Ebenen mit einbeziehen, um einer spezifischen Frage nachzugehen, aber Sie sollten das Gesamttableau einmal sich vergegenwärtigen, um sich klarzumachen, in welchen Bereichen Sie überhaupt mit einer möglichen Analyse ansetzen. Wir werden das dann nachher im Hinblick auf Ihre Themen und Ihre Beispiele ausführlich diskutieren. Das zum Überblick ist das Diskursanalytische Mehrebenenmodell ergänzt durch einen Zusatz, nämlich die Möglichkeiten korpuslinguistisch orientierter Analyse. Das heißt, dass man diese Diskurslinguistik, und das schließt wieder an die Diskursveränderungsrelevanz von Texten an, natürlich nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ durchführen kann und quantitative Befunde einer qualitativen Interpretation zuführen kann. Aber bis in diese Ebene werde ich mit Ihnen höchstwahrscheinlich in diesem Semester nicht hineinsteigen. Welche Werkzeuge verwenden wir erstmal für die qualitative Analyse? Ich möchte Ihnen zwei vorstellen, die sich sehr, sehr gut eignen, um an Texten zu arbeiten. Das ist das sogenannte Notepad++. Wenn Sie auf macOS unterwegs sind, suchen Sie sich eine andere Alternative. Auch da gibt es Texteditoren, die sehr weit über den Standard-Texteditor hinausgehen. Also das Notepad++ ist eine echte Empfehlung, vor allem wenn Sie mit großen Textmengen arbeiten. Und das Zweite, mit dem wir hier arbeiten werden, das werde ich Ihnen heute auch noch zeigen und vorstellen, ist der sogenannte Kami-PDF-Editor in der Kami-App. Hier kann man gemeinsam Texte annotieren und gemeinsam an Texten arbeiten. Und Einzelne habe ich Ihnen schon in das Miro-Board gestellt, sodass Sie sich da zunächst erstmal schon orientieren können. Schlussendlich werden wir aber auch sehr viel mit Bildquellen arbeiten, das heißt, die noch nicht digitalisiert sind. Hier habe ich Ihnen nebeneinander gestellt eine englischsprachige und eine deutschsprachige Fassung der Geschichte der Nordamerika-Mission mit einem sehr markanten Zitat. das ich auch einbauen werde in einen Vortrag am Freitag zum Thema Diskurs-Invektiv, die Simon-Meyer-Vieracker hier in Dresden veranstaltet und worauf ich mich schon sehr freue. Die quantitativen Zugänge hatte ich schon kurz erwähnt. Vielleicht hier zur Einbindung in die Diskursanalyse nur ganz kurz. Eine Empfehlung und zwar heute immer noch lesenswert ist die Korpus-Pragmatik und zwar im Hinblick auf die Frage der Einbindung thematischer Korpura in diskurslinguistische Analysen. Auch diese Publikation ist bei Dekreut erschienen, sodass Sie sie über die Konsortiallizenz beziehen können. Und zwei einzelne Aspekte würde ich Ihnen ganz gerne herausgreifen aus diesem quantitativen Zugang, nämlich erstens die Leitfragen. Wie kann man von sprachstrukturellen Befunden auf sprachpragmatische schließen? Das heißt, wir haben ein quantitatives Ergebnis, also aus einer quantitativen Analyse herrühren das Ergebnis und versuchen das in Sprachpraktiken oder auf Sprachpraktiken anzuwenden und umgekehrt. Das nächste ist, welche theoretischen, methodologischen Implikationen hat der Einsatz von Korpura in der Sprachpragmatik? Welche Forschungsbereiche und Forschungsaspekte werden eventuell ausgeblendet, wenn verstärkt in Korpura gearbeitet wird? Und welche Möglichkeiten der Methodentriangulation gibt es? Das heißt, wo können sich quantitative und qualitative Analyse ergänzen? Schlussendlich gilt für quantitative Analysen der Grundsatz, nämlich, dass es nicht allein darum geht, quantitative Berechnungen durchzuführen überhaupt und diese als Ergebnis anzustellen, sondern sie als Hypothesen, also diese Ergebnisse zu nutzen, um Hypothesen zu formulieren für eine qualitative Analyse. Wenn Sie dazu Fragen haben, fragen Sie sehr gern. Gehen wir im Seminar darauf. Ja, jetzt zum zweiten großen Thema und damit würde ich den Input dann auch schließen, nämlich Bildzeichen und Wort im Kontext multimodaler Analysen. Hier kommt es ein wenig darauf an, wie weit Sie dazu eine Affinität haben, sich mit komplexen Textverbünden auseinanderzusetzen, in denen Text neben statischem Bild und bewegtem Bild, also Video, nur eine Rolle spielt im Hinblick auf die vermittelnden Informationen und vor allen Dingen auf die verwendeten Symbolsysteme. Wenn Sie sich darin einarbeiten wollen und das Marketingthema in postkolonialen Gesellschaften zählt wohl eindeutig dazu, dann empfehle ich Ihnen folgende Publikationen, mit denen Sie sich auseinandersetzen können. Erstmal Stöckel und Klug, die waren schon genannt. Zum Zweiten aber vor allen Dingen Nina Jannich zur Werbesprache, in der mittlerweile sechsten Auflage das unbedingt zu empfehlen ist, für die Auseinandersetzung mit Marketing und Werbesprache. Und schlussendlich auch das Handbuch Sprache in der Wirtschaft, herausgegeben von Markus Hund und Dorota Biadala, das nicht das Marketing in den Mittelpunkt stellt, aber das Marketing im Kontext von Unternehmenskommunikation beleuchtet. Worum geht es schlussendlich? Es geht um Werbeinformationen, so wie diese in denen Text nur noch eine minimale und marginale Rolle spielt, wo man auch die Bezüge zwischen Text und Bildinterpretation nicht sofort herstellen kann, sondern mit ein wenig Kreativität den ganzheitlichen Eindruck, den Bilder auf uns machen und den Eindruck, den wir von Sprache haben, dass wir sie im Wesentlichen als lineares Medium nachvollziehen müssen. Wie wir diese beiden Aspekte zusammenbringen und dann miteinander kommunizieren, auch das ist ein Beispiel. Hier spielt Sprache nur noch einen wirklich geringen Anteil, macht aber schlussendlich die Symbolik des Dargestellten besonders deutlich. Und damit auseinandergesetzt hat sich vor allen Dingen Hartmut Stöckel. Der Name ist in diesem Kontext schon sehr oft gefallen. Sie sehen hier eine frühe Differenzierung im Hinblick auf die Fragen der Semiotik, der Semantik, der Pragmatik und der Perzeption und Kognition im Zusammenhang zwischen Bild und Sprache. Einiges würde man davon heute anders kategorisieren. Und er tut das fortwährend. Ich zeige Ihnen hier noch einige Beispiele, nämlich hier 2016 zum Thema, wie man Sprache, Bild, Musik und Geräusch zusammenbinden kann mit bestimmten Wahrnehmungsmodi, nämlich visuell, auditiv, olfaktorisch, taktil und gustativ. Und wir werden uns, wenn wir uns hier mit Werbung beschäftigen, vor allen Dingen mit dem visuellen Eindruck und dem Zusammenhang von Sprache und Bild auseinandersetzen und uns auf diesen Bereich konzentrieren. Ja, das soll es von meiner Seite her gewesen sein für den Einstieg, für den Input in das Thema der Diskurs- und Koloniallinguistik 2 mit einem weiteren Schwerpunkt auf dem Thema Bild, Zeichen und Wort. Wir sehen jetzt gleich in der Diskussion gemeinsam, in welche Bereiche Sie jeweils mit Ihren Themen hineingehen, wo Sie noch Bedarfe haben. Und dazu werden wir zum einen uns das Werkzeug Sotero noch einmal gemeinsam anschauen, mit dem Sie gemeinsam systematisch und kollaborativ diskutieren können. In dem Sie gemeinsam systematisch und kollaborativ arbeiten können. Und ich hoffe, dass Sie das Ganze nutzen, vor allen Dingen im Hinblick darauf, wenn Sie beschriftliche Arbeiten anfertigen für dieses Seminar und im Seminarkontext. Jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen, die gemeinsamen Diskussionen und bin bis dahin ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Und für die Open Educational Resources relevant links zwei Videos aus dem Portfolio meiner Veranstaltungen. Und wenn Sie mögen, abonnieren Sie den Kanal und tun Sie alles, um benachrichtigt zu werden, wenn ich neuen Content einstelle. Das würde mich sehr freuen. Und damit bin ich raus. Ciao. Also, dass Sie hier die ficarbzentigen, sehen Sie Autos